Falter-Podcasts werden durch Werbung unterstützt. Das hilft bei der Finanzierung unseres journalistischen Angebots. Falter-Radio Ja, hallo, herzlich willkommen im Falter-Radio. Mein Name ist Lalo Ohlrogge. Sie hören mich heute hier zum ersten Mal am Mikrofon. Normalerweise sitze ich nämlich vorm Computer und schreibe Geschichten für das Ressort Stadtleben. Und genau so eine Geschichte besprechen wir heute. Sie steht in unserem aktuellen Heft. Und es ist eine Geschichte, die für einen Teil der Gesellschaft total bekannt ist und für einen anderen Teil der Gesellschaft, und zwar jenen, der nicht so viel auf Social Media ist, eher unbekannt. Es ist der Bread Summer. Es ist ein Internet-Trend. Auf Deutsch heißt das so viel wie der Sommer der Gören. Das heißt frech sein, Spaß haben, Party machen und vor allem, ganz wichtig, sich nicht darum scheren, was andere sagen. Das ist ungefähr das Lebensgefühl dieser Breads. Und dieser Trend ist jetzt schon so weit gegangen, dass der amerikanische Präsidentschaftswahlkampf und die österreichische Politik und unsere Stadt mitmacht. Darüber möchten wir heute sprechen. Wir, das sind Verena Bogner und ich. Verena ist Popkultur-Journalistin. Sie schreibt die Swift-Kolumne für uns im Falter, für FM4, für Glamour. Meist geht es um Musik und das Internet. Und das macht sie zur perfekten Expertin für unser Thema heute. Ja, hallo Verena. Schön, dass du da bist. Hi, ich freue mich. Du hast ja diese Entwicklung zum ganzen Internet-Trend schon mitbekommen. Angefangen hat das ja eigentlich alles nur mit einem einzigen Album. Also es ist ein Album der Künstlerin Charlie XCX. Was ist das für ein Album? Wie kann das so kommen? Genau, das Album Bread ist das sechste Album von Charlie XCX und das hat sie schon im Februar angekündigt. Damit der ersten Lead-Single von Dutch. Und alle Pop-Fans waren sofort im Durchdreh-Modus, weil man wusste, es wird crazy, es wird disruptive, es wird was anderes. Und gerade in einer Zeit, wo die Pop-Landschaft auch sehr von Taylor Swift dominiert ist, die ja sehr perfekt ist, auch sehr erwartbar, sage ich auch selber als Fan, war das, glaube ich, wie gerufen, dass mal wieder ein Pop-Album kommt, das so alles ein bisschen aufmischt. Und ich glaube, genau das ist Bread und genau deswegen findet es auch solchen Anklang, weil es für einen Lifestyle steht, der in den letzten Jahren ein bisschen zu kurz gekommen ist, im Internet und in der Popmusik, nämlich dieses gewisse Scheiß mal auf alles, es geht nicht immer um Selbstoptimierung, es geht nicht immer um Leistung, sei einfach so wie du bist, egal ob du gerade sad bist, ob du hyped bist, ob es dir gut oder schlecht geht, du darfst alles sein. Und genau, es geht um diesen hedonistischen Lifestyle so ein bisschen. Und ich glaube, das brauchen wir gerade alle in unserem Leben sehr. Und deswegen, glaube ich, ist auch der Hype so groß. Das Album, was da rausgekommen ist, hat ja auch irgendwie eine interessante Aufmachung. Ja. Erzähl mal, wie sieht das aus? Ich habe persönlich so ein Album noch nie gesehen. Ja, ich glaube, da geht es dir wie uns allen. Das Album-Cover ist einfach neongrün und in einer bisschen verpixelten Schrift steht drauf Bread in schwarz. Da gibt es kein Foto auf dem Cover, keine ausgefeilte Grafik. Und als Charlie XCX das zum ersten Mal gezeigt hat, dieses Cover, im Februar, sind auch ganz viele Fans ausgezuckt. Die waren gar nicht glücklich. Die haben gesagt, was soll dieser Grafikpraktikanten-Scheiß? Und das fand ich dann auch sehr interessant, wie sie darauf geantwortet hat. Sie hat gesagt, sie findet einfach diesen Anspruch von Fans an Popmusikerinnen eigentlich in diesem Fall, dass man immer Gesicht, Body und so zeigen muss auf dem Cover überholt. Und sie möchte dieses Muster einfach mal disrupten mit diesem Cover. Und umso schöner finde ich es, dass sich das bewahrheitet hat. Also dass sie dabei geblieben ist. Und jetzt ist es viral. Es ist überall. Also unsere Feeds sind voll mit Memes, mit Neongrün. Die grüne Kleidung sieht man, finde ich, viel mehr auf der Straße. Zalando hat 40 Prozent Anstieg von grüner Kleidung gehabt. Also es ist ein Megatrend. Also dieses Grün ist, finde ich, omnipräsent zum einen. Und ich finde auch diese verschwommene Schrift, also dieses bisschen, das steht ja für so laissez-faire. Es ist mir alles ein bisschen Wurscht. Es muss nicht alles so perfekt sein. Und das übersetze ich auch in die Ästhetik der Breadgirls. Weil da geht es um verschmierten Eyeliner. Du schaust aus, als willst du gerade aus dem Club stolpern. Hast keinen BH an. Vielleicht einen kleinen Fleck auf dem Tanktop. Aber es ist Wurscht. Es geht nicht darum, perfekt zu sein. Und das Albumcover ist auch nicht perfekt. Aber genau deswegen ist es so cool und so gehypt. Und man muss sagen, es ist natürlich dadurch sehr anschlussfähig. Da es so reduziert ist, kann man einfach diese grüne Farbe nehmen und Kamala Harris sein und sein Account grün einfärben. Oder ja, also es macht es ziemlich einfach, daraus ein Meme zu machen. Das muss man auch sagen. Nach Internetlogiken funktioniert das Album ja ausgezeichnet, weil so viele Anknüpfungspunkte da sind. Angefangen bei der Ästhetik bis hin zu jedem einzelnen Lied. Ja, voll. Um einmal bei der Musik zu bleiben. Das Album ist ja auch recht erfolgreich angelaufen. Also Platz zwei der Brit-Charts, Platz drei in den USA. Inzwischen über 500 Millionen mal gestreamt. Und damit Sie vielleicht ein kleines Gefühl dafür bekommen, wie sich das anhört, hören wir jetzt mal rein. Ja, das ist ganz lustig. Jetzt haben schon alle angefangen mitzuwippen. Es ist Tanzmusik, oder? Ja, ganz eindeutig ja. Also Charlie XCX und auch das Hyperpop-Mikro-Genre, wenn man so will, ist sehr stark in der britischen Clubkultur verankert und bedienen sich auch weniger so klassischen Pop-Song-Mustern, sondern da geht es viel um Club, um Tanzen, um Autotune, um Synthesizer, um verzerrte Geräusche. Also das könnte genauso im Club auf- und ablaufen und alle würden dazu durchdrehen. Das tut es ja auch. Inzwischen gibt es schon die ersten Bread-Partys in Wien. Warst du schon auf einer? Nein, war ich nicht. Aber seitdem es erschienen ist, ist jede Party mit meinen Friends eine Bread-Party. Und wir hören es auf und ab. Aber ja, ich habe es auch gesehen, dass es im Camera Club Ende August, glaube ich, die erste Bread-Party gibt. Und ich werde da sein, glaube ich. Ja. Was jetzt natürlich interessant ist, wie ist das passiert, dass auf einmal die amerikanische Präsidentschaftskandidatin Kamala Harris mit drauf eingestiegen ist? Die österreichische Politik, Alma Sadic, die Grünen, die Deutschen Grünen, alle möglichen Leute sagen auf einmal, sie seien Bread. Wie machen sie das und vor allem warum? Also Kamala wird ja schon seit Monaten, seit Jahren gememt auf TikTok, auf Twitter. Sie ist eine sehr mimbare Politikerin, sage ich mal, mit ihrem ikonischen, gackernden Lachen und mit ihren lustigen Tanzmoves und so. Und dann kamen eben immer mehr diese Bread-Edits auf TikTok, wo Zusammenschnitte von Kamala-Videos mit Bread-Songs unterlegt wurden. Und das Ganze hat dann noch mehr Fahrt aufgenommen mit diesem Coconut-Tree-Saga von Kamala, wo sie in einer Rede über ihre Mutter erzählt und sagt, die Mutter hat immer die jungen Leute ein bisschen ausgelacht, weil man oft nicht versteht, dass man nicht aus dem Coconut-Tree auf die Erde gefallen ist, sondern im Kontext der Gesellschaft lebt. Und das wurde dann oft unterlegt mit dem Song Apple von Charlie XCX, weil da geht es eigentlich um was Ähnliches. Da geht es auch um den Kontext, in dem man lebt, da mehr auf Familienfokus, aber das passt inhaltlich sehr gut zusammen. Und so hat das Ganze dann Fahrt aufgenommen. Und dann hat das Internet entschieden, Kamala ist Bread, Kamala ist lustig, Kamala ist ein bisschen frech, auch ein bisschen durch den Wind. Das sind ja auch alles Attribute, die man den Bread-Girls zuschreibt. Und deswegen funktioniert auch dieses Meme. Deswegen ist auch ihr Team so erfolgreich aufgesprungen, weil Kamala wirklich Bread ist. Und das ist der Unterschied zu den Grünen zum Beispiel, weil ich verstehe voll, dass man auf einen riesigen Meme-Trend aufspringt. Das passiert ja immer wieder und ständig. Und wenn es einen Internet-Hype gibt, muss man mitmachen. Klar, weil man will zeigen, wir sind jung, wir sind am Puls der Zeit. Aber die Grünen posten halt dann, Renaturierung ist Bread. Und dann wird es irgendwie cringe, weil Renaturierung ist nicht Bread. Klimaschutz ist auch nicht Bread. Es sind wichtige Themen, klar. Aber das Meme funktioniert nicht so, dass ich einfach sage, mein Podcast-Mikro ist Bread. Und dann ist es lustig. Ja, ich habe witzigerweise bei den Grünen angefragt, warum sie sich denn als Bread definiert. Stellt euch, Grüne. Und sie meinten eben, und das ist eben, das zeigt auch vielleicht die Schwäche des Konzeptes Bread. Sie meinten, naja, Frau Gewester hätte ja mit ihrer Entscheidung sehr mutig gehandelt und auch Gegenwind in Kauf genommen. Und das sei Bread. Also, Bread liegt im Auge des Betrachters. Könnte man das nicht sagen? Ja, schon. Aber da ist es schon sehr gedehnt, glaube ich. Weil, wenn man sich anschaut, wie Charlie XCX Bread definiert. Sie sagt, Bread ist Chick rauchen, grünes Big-Feuerzeug und ohne BH rausgehen. Und in 365 und 360, was wir gerade da gehört haben, geht es ja auch um Kokain. Also, es ist ja dann doch nochmal… Es ist eigentlich fraglich, oder? Ob sich so Politiker mit sowas eigentlich so gerne identifizieren, weil es propagiert ja auch schon so ein bisschen so einen verantwortungslosen Lifestyle, so einen selbstironischen, hedonistischen Lifestyle, was ja eigentlich nicht so gut mit Politik zusammengeht. Aber wir haben jetzt gerade schon drüber geredet. Ich würde gerne mal reinhören. Apple. Das ist ein Song, der auf TikTok total viral geht. Die Künstlerin hat einen Tanz mitgeliefert, den alle fleißig tanzen. Den hat ein Fan mitgeliefert. Nein. Den hat ein Fan erfunden und dann hat Charlie ihn auch gemacht und dann ist er viral gegangen. Wirklich? Ja. Okay, umso besser, dann hören wir jetzt rein. Ja, die Frage aller Fragen. Kannst du den Äpfeltanz schon? Ehrensache. Sicher. Also man kommt, glaube ich, gar nicht drum herum, oder? Vom Sehen schon. Also er ist wirklich eine Allgegenwärtigkeit. Ja. Und eigentlich auch recht einfach nachzumachen. Naja, wir würden gerne am relativen Ende jetzt noch über eine Frage sprechen, wo wir uns vielleicht sogar eher uneinig sind. Und zwar bist du ja bekennende Swifty. Bekennender Swifty, wie heißt das? Wie du willst. Kannst gerne Swifty auch chandern. Ja. Und ich frage mich so ein bisschen, wie geht das zusammen? Kann man Swifty und gleichzeitig Brad sein? Ja. Ganz einfache Antwort. Ja. Ich halte wenig von dieser Abgrenzungsgeilheit. Also ich glaube, dass diese langweilige Annahme, dass man nur eine Sache sein kann als Pop-Fan oder als Mensch, als Frau generell, dass das einfach over ist. Und ich kann an dem einen Tag, wie die Protagonistin in deinem Artikel, kann die über die Burggasse stolzieren und mich fühlen wie ein Superstar und Brad ballern. Und am nächsten Tag kann ich vertäumt aus dem Fenster schauen und Taylor Swift hören. Und am dritten Tag höre ich dann von mir aus Jazz oder irgendwas ganz was anderes. Also ich glaube, das geht sich super aus. Und auch dieses Ding, dass man sich zwischen zwei Acts entscheiden muss und wieder mal zwischen zwei Frauen entscheiden soll, halte ich einfach auch für überholt. Auch wenn es immer wieder Fans gibt, die online so kleine Fan-Kriege anzetteln. Und dann auch Fans, die zum Beispiel bei Charlie-Shows irgendwie was Böses über Taylor Swift schreien, halte ich das für eher eine Randerscheinung. Und auch Charlie hat ja selber klargestellt, dass sie davon nichts hält und hat sogar gepostet, dass die Fans aufhören sollen, irgendwie Taylor Swift zu haten und einfach zu ihren Shows kommen sollen und sich dort ihres Lebens freuen sollen. Ja, das stimmt. Es waren ja auch extreme Sachen, die da rumgeschrien wurden und das muss man ja mal sagen. Allerdings hat ja auch Charlie so etwas wie ein Rätsel mitgeliefert auf ihrem Album. Und zwar gibt es ein Lied, das heißt Sympathy, mein Englisch. Sag du, wie heißt es? Sympathy is a knife, heißt es. Und da hören wir jetzt mal rein. Charlie singt ja über eine andere Person, die ganz anders ist als sie selber. Und das Internet spekuliert jetzt, wer ist diese Person? Was ist denn deine These? Also sie singt ja über jemanden, den sie Backstage at her Boyfriends Show trifft. Und Charlie XIX ist ja zusammen mit George Daniels, dem Drummer von The 1975. Und Taylor Swift hatte ja ein Gespusi mit Matty Healy, dem Sänger von dieser Band. Und deswegen glauben viele Fans, dass es sich in dem Song um Taylor Swift handelt. Also dass die da besungen wird und nicht gerade auf die netteste Art und Weise. Also in dem Song geht es ja auch so ein bisschen um Rivalitäten unter Frauen, um so Eifersuchtsgefühle. Und Charlie singt ja I couldn't be her if I tried. Und so. Also ja, nicht gerade positiv. Aber you never know. Es kann auch sein, dass es einfach ja fiktive Lyrics sind. Man weiß es nicht. Sind die beiden denn so unterschiedlich? Und wenn ja, wo unterscheiden sich diese beiden Megastars? Also Taylor Swift ist natürlich eine Liga für sich. Aber mich würde schon interessieren, wo sie sich unterscheiden und wo sie vielleicht Gemeinsamkeiten haben, diese beiden Superstars. Ich würde sagen, Charlie XCX ist viel mehr edgy. Also die kommt eben aus dem Hyperpop, aus der Clubkultur, aus der queeren Kultur, aus der chronically online Kultur, würde ich sagen. Und die ist tief in der Meme-Kultur verwurzelt, in der Internetkultur. Und ja, die ist halt für Leute, die vielleicht auch gern von sich behaupten, ich bin ja eigentlich kein Pop-Fan. Aber, was ich jetzt persönlich wieder ein bisschen lame finde, aber gut, jeder wie er meint. Und Taylor ist halt ein ganz klassischer Pop-Superstar. Die ist glatt gebügelt, da ist jedes Wort von einem riesen PR-Team koordiniert. Und bei Charlie hat man eben das Gefühl, das ist nicht so. Und die ist noch ein bisschen realer. Und das gehört auch zu ihrer Brand, dass sie eben real ist, dass der Eyeliner verschmiert ist, dass sie im Brad ist. Und Taylor ist nicht besonders Brad, würde ich sagen. Weil da geht es sehr viel um den Schein nach außen. Ja, ich habe bei Charlie XCX auch den Eindruck, dass sie wirklich ein sehr nahbarer Superstar ist. Also sowohl in den Liedern, weil sie besingt ja wirklich auch Themen, die sehr nah an den Menschen oder vor allen Dingen die Lebenswelten junger Frauen berühren von vielen. Also es geht um Streitigkeiten mit Freundinnen. Es geht um Essstörungen. Es geht um Unsicherheiten. Es geht um Liebe, um den Tod und auch um Party. Also die Welt, die Charlie in ihrer Musik aufmacht, ist, glaube ich, auch nochmal eine nahbarere. Ja, auf jeden Fall. Jetzt würde ich gerne nur wissen, du meintest gerade Charlie XCX, sie kommt aus der Clubkultur, sie ist edgy, sie ist queer, sie ist nahbar. Warum trifft das gerade den Zeitgeist? Warum fahren junge Menschen so darauf ab? Ich glaube, du hast die Frage schon selber beantwortet, nämlich sie ist einfach real und sie ist nah dran und man könnte sich vorstellen, dass man Charlie XCX beim Fortgehen trifft und mit ihr einen Shot trinkt und dann erzählt sie dir, boah, ich habe gerade die getroffen und die hasst mich und wie soll ich jetzt diesen Streit navigieren? Also ich glaube, Charlie XCX trifft man auf der Clubtoilette und das ist auch ihr Erfolgsrezept. Also man merkt einfach, Charlie ist aus dieser Community, für die sie die Musik macht. Sie kommt nicht von außen heran und sagt, okay, ich habe jetzt einen Trend identifiziert und den bespiele ich jetzt, sondern sie kommt aus dieser Community, die ihre Musik hört und deswegen ist es auch authentisch. Ja, also wir beiden könnten jetzt, glaube ich, noch ewig weitersprechen. Das Album bietet ja wirklich viel Gesprächsstoff. Wir müssen aber leider aufhören. Aber falls Sie noch mehr erfahren wollen über den Brad Summer in Wien, wie Sie vielleicht auch mitmachen können, eine kleine Bedienungsanleitung zum Brad werden, dann würde ich Ihnen sagen, abonnieren Sie den Falter so schnell wie möglich. In der aktuellen Ausgabe steht nämlich drin, wie das alles funktioniert und geht. Ansonsten können Sie auch die Swift-Kolumne abonnieren. Die gibt's im Internet von Melanie Schönberger und eben Verena Bogner, die gerade hier sitzt. Es geht nicht nur um Taylor Swift, es geht auch um andere Popstars und Internetphänomene. Reinschauen lohnt sich auf jeden Fall. Wir freuen uns, wenn wir uns bald wieder hören oder wenigstens voneinander lesen im Blatt. Tschüss. Tschüss. Sie hörten das Falterradio. Sie hörte das Falterradio. Tschüss. Hi. aceptATION